Und auch im Reich Gottes, es wird ein Edelreis eingepfropft. Es wird etwas anderes eingepfropft. Danke, ich habe zu laut geschrien heute Morgen im Lobbrief, es konnte mich nicht zurückhalten. Und jetzt, auch erfahrungsgemäß, wird das Alte echt abgeschnitten, damit es Neue wachsen kann. Wenn das Alte nicht abgeschnitten wird, wird das Neue nicht wachsen können. Es wird immer ganz klein und kümmerlich bleiben, immer. Es wird vor sich hin, ja, vegetieren. Aber wenn das Alte abgeschnitten ist, kann das Neue wachsen. Soweit zum letzten Mal. Und ich möchte, wie gesagt, weitergehen mit dem Wort Gottes. Wort Gottes, komm, kommt Gottes. Jetzt ist es da. Und da heißt es, dass man einen Baum erkennen kann. Das heißt, wie man einen Baum an seinen... Können wir es vielleicht da rumstellen? Oder da wäre es vielleicht besser. Wie man einen Baum an seinen Früchten erkennt, so erkennt ihr sie an dem, was sie tun. Kann man etwa Weintrauben von Distelbüschen oder Felgen von Dornbüschen oder Felgen von Distel pflücken? Natürlich nicht. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchten bringen oder tragen und ein kranker Baum kann keine gute Früchte tragen. Das ist die Botschaft oder das, was Jesus sagt. Und er redet ja nicht hier von Ackerbau und Vielzucht oder sonst etwas, sondern er redet von Menschen. Jesus redet von Menschen. Nicht von irgendwelchen, ja, Bäumen und aber nur zum Verstehen. Und er sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht und an den Früchten kann man es erkennen. Man kann an den Früchten erkennen, was in uns ist. Und Früchte kann man erkennen. Einen Baum nur an den Zweigen zu erkennen, ist schwieriger. Profis können das. Oder an den Blättern. Profis können das. Aber der Otto Normalverbraucher, wie auch immer, der erkennt nur die Früchte. Aber die Früchte erkennt jeder. Ob es ein Apfelbaum ist oder ein Birnenbaum, das erkennt jeder. Oder ob es Weintrauben sind oder Disteln oder was weiß ich was, Dornen. Das erkennt jeder. Deswegen ist mir wichtig, lass uns die Früchte anschauen. Lass auf die Früchte sehen und lass uns unterscheiden zwischen schlechten Früchten oder Früchten, die nicht aus Gott kommen und Früchten, die aus Gott kommen. Und es gibt ein wunderbares Wort und früher haben viele so ein Fließe an der Wand hängen gehabt mit diesem Wort aus dem 2. Timotheus 1, Vers 7. Da heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und Liebe und Besonnenheit, oder? Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Es ist die Frage, wo kommt Verzagtheit her? Aus dem alten Leben, oder? Verzagtheit kommt hier. Aber Kraft und Liebe und Besonnenheit kommt aus dem Heiligen Geist, wo mein Leben Verzagtheit hervorbringt, oder? Aus dem alten Wesen. Das alte Wesen ist verzagt. Aber wo wir im Geist Gottes sind, ist keine Verzagtheit, sondern Kraft und Liebe und Besonnenheit, oder? Die Frucht kommt, sagt das Wort Gottes hier ganz klar, wo der Geist Gottes uns regiert, ist keine Verzagtheit, sondern Kraft und Liebe und Besonnenheit. So können wir sehr schnell unterscheiden, was für Früchte haben wir in unserem Leben, wenn wir schon die Triebe nicht erkennen, aber die Früchte, was treibt uns umher? Wenn uns Verzagtheit umhertreibt, ist nicht der Geist Gottes, der in uns regiert. Oder wenn uns Sorgen umhertreiben, ist nicht der Geist Gottes, der in uns wirkt. Denn der Geist Gottes bringt keine Sorgen. Er bringt in unserem Leben keine Sorgen hervor. Er bringt in unserem Leben keine Verzagtheit hervor. Er bringt in uns kein Frust hervor und kein Ärger. Das bringt er nicht hervor. Das kommt hier aus unserem alten Wesen heraus. Oder? Oder? An den Früchten erkennt man, wer unser Leben bestimmt. Und deswegen ist mir diese Bibelstelle sehr, sehr wichtig. An den Früchten erkennt man, was sind für Früchte in deinem Leben? Nur so ein Beispiel, ein Wort einfach mal zu nehmen. Jesus hat keine Probleme. ist einfach zu sehen. Jesus ist der Herr über alles. Wenn es aus dem Leben rauskommt, wenn es Kraft und Liebe und Besonnenheit kommt, dann wirkt der Geist Gottes in uns. Amen. Wir möchten uns Liebe anschauen. Und wir haben ja in Galater die Früchte des Geistes auch und im Korintherbrief haben wir Liebe, wo sie beschrieben ist. Liebe sucht nicht das Ihre. Göttliche Liebe ist selbstlos. Oder? Oder? Göttliche Liebe ist selbstlos. Menschliche Liebe gibt es ja auch. Ist immer irgendwie, wie soll ich sagen, verbunden mit irgendwelchen Umständen oder mit irgendwelchen Erwartungen. Wir haben ja Erwartungen. Und wenn unsere Erwartungen erfüllt sind, dann kommt Liebe. Menschlich. Oder? Wenn jemand besonders irgendwas ganz toll kann, wenn ich eine gute Predigt habe, liebt ihr mich, wenn ich keine gute habe. Ja. Ja, ist so, oder? Es ist menschlich. Es ist menschlich. Es ist normal, oder? Wir haben immer Erwartungen. Wenn du eine nette, tolle Frau hast, du wirst sie eher lieben. Wenn du, ja, so ein bisschen bist gut. Egal, bei allem. Bei den Freunden, freundschaftliche Liebe, du hast eine gewisse Erwartung an deinen Freund. Und irgendwann ist dann das Maß voll oder du hast Grenzen, wo du sagst, das ist nicht mehr mein Freund. Oder? Das sind so oft Erwartungen. ein menschlicher Liebe, aber ein göttlicher Liebe ist selbstlos. Aus dem Geist Gottes heraus kommt selbstlose Liebe und nicht mit irgendwelchen Erwartungen verbunden. Und da sehen wir den Unterschied von Früchten, die in unserem Leben sind. Was für Früchte wir hervorbringen. Das habe ich dir noch aufgeschrieben. Der Friede Gottes ist höher wie alle menschliche Vernunft. Und Jesus ist der Friedefurst. Und der Geist Gottes wird es in uns bringen, diesen Frieden. Das heißt letztendlich, der Friede ist höher wie unsere äußere Umstände. Oder? Der Friede Gottes ist höher wie alle unsere äußere Umstände. Wenn wir etwas suchen, was suchen wir? Dass unsere Umstände friedlich sind. Und wenn unsere Umstände okay sind und alles gut, dann haben wir auch Frieden. Oder? Dann haben wir auch Frieden. Der Mann nicht zu uns ist und der Chef keinen Stress macht und die Kollegen jetzt sind und all diese Dinge, ja. Der Chef keinen Stress macht, haben wir Frieden. Aber wenn das Schiff Stress macht, der göttliche Friede, der, der aus dem Heiligen Geist kommt, der ist unabhängig. Unabhängig von äußeren Dingen. Oder? Der ist höher. Der ist intensiver. Der ist stärker wie das, was menschlich einfach ist. Menschlich suchen wir dann immer äußere Umstände zu verändern. Auch im Gebet unsere Zielrichtung ist, Herr, verändere meine Umstände, damit ich Frieden haben kann. Oder? Oder? Ist nicht so unsere Denke? Verändere meine Umstände, aber mit dem Nachbar kann man ja noch nicht auskommen oder mit dem Chef, was auch immer. Dann kann ich Frieden haben. Aber unser Augenmerk sollte ja auf das sein, wenn ich im Geist bin, habe ich Frieden. Und der ist höher und stärker und intensiver und mega, mega mehr, oder? Da zu schauen, worauf schauen wir? An den Früchten erkennt man es. Es gibt einen Unterschied zwischen diesen Früchten und diesen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem menschlichen Frieden und dem göttlichen Frieden. So wie es in der Liebe auch einen Unterschied gibt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Okay. Wohin geht unsere Zielrichtung? Wohin streben wir? Unsere Herzen und unsere Gedanken zu bewahren. Er bewahrt uns, sagt das Wort Gottes. Der Friede Gottes bewahrt uns vor diesem. Es ist immer so, bei den Bäumen ist es natürlich so, wenn man hier abschneidet, kommt, der Baum hat immer Kraft und Saft und es ist immer Bewegung. Und wenn hier alles abgeschnitten ist, dann geht es automatisch hier rein, die Kraft. aber wenn hier nicht abgeschnitten ist und wenn hier die Dinge nicht abgeschnitten sind, dann wird es einfach auch der Saft, die Kraft, die Zeit, was wir investieren, auch dort hineingehen. Der Heilige Geist macht die Werke Jesu groß. Das steht in der Bibel. Das ist noch, man könnte viele Dinge dazu sagen, aber der Heilige Geist macht die Werke Jesu groß. Am Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden und alle haben Gott in Zungen gebetet und was haben sie gemacht? Die Werke Jesu groß, gerühmt und gelobt. Bei den Menschen ist es oft so, so ein bisschen Eigenlob, oder? Ja, wir haben und wir und so und das haben wir und das habe ich gemacht und, und, und. da geht es immer um einen selber, oder? Ja, und wir müssen und wir haben so ein bisschen religiös hier. Wo Menschen davon redet, was Gott für große Werke was Gott gemacht hat, was er, egal wo am Kreuz gemacht hat und alles neu gemacht und, und, geführt und geleitet. Es gibt Menschen, die reden immer von dem, was Gott gemacht hat und es gibt Menschen, die reden immer von dem, was sie machen und was sie gemacht haben, oder? Oder? Seht ihr nicht ganz einverstanden? Einige sind einverstanden, einige sind, jetzt werden es ein paar mehr. Und sich zu prüfen und mal schauen, der Geist Gottes in dir, wenn du voll Geistes bist und der Geist Gottes hier in deinem Leben Gestalt gewinnen kann, du wirst immer den Herrn loben und preisen, du wirst immer Freude im Herrn haben, du wirst immer seine Größe sehen und seine Herrlichkeit sehen. Wenn wir menschlich sind, dann wollen wir unsere Umstände sehen und selber, was wir tun müssen und was die anderen tun müssen, damit wir glücklich sind und, 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 oder? Dann wird es immer so sein und wie gesagt, im Geist Gottes wird es so sein, dass wir Frieden haben, der höher ist, Liebe haben, die selbstlos ist und auch Freude haben, die nicht aus äußeren Umständen kommt, sondern aus Gott selber. Wenn wir Freude haben, die aus äußeren Umständen kommen, dann hat jeder andere auch, hat jeder, jeder Mensch hat Freude, wenn die Umstände gut sind und irgendwas ist, aber wenn wir Freude haben, die nicht abhängig ist von Umständen, dann kommen wir, dann ist es eine Frucht, die aus dem Heiligen Geist kommt. Ich mag nicht gerne geprüft werden, aber der Herr prüft uns, mit Sicherheit wird der Herr uns prüfen, ich mag es nicht so, ich mag keine Prüfe, aber der Herr wird uns prüfen, der Herr weiß es, er kennt die Zweige schon, aber wir nicht so gut, aber wenn wir geprüft werden, dann ist es ja letztendlich auch für uns selber gut, dass wir wissen, wo wir stehen, dass wir wissen, wo wir stehen, woraus wir leben. Römer 8, was wird denn heißt es, die, der Geist Gottes trägt sind Kinder Gottes, deren Freude nicht aus äußeren Umständen kommt, der Friede nicht aus äußeren Umständen kommt, deren Liebe nicht selbstlos ist. Die sind vom Geist Gottes getrieben. Ich habe noch was, dann haben wir im Galater 5, Vers 25 und das habe ich noch, das lesen wir. Durch den Geist Gottes haben wir neues Leben. Wir haben nur ein neues Leben, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Und ich habe es letztes Mal gesagt, jeder Christ hat einen Heiligen Geist, wenn er ihn angenommen hat, durch den Gottes Geist haben wir neues Leben, darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Scheinbar ist es nicht selbstverständlich, oder? Wenn wir neues Leben vom Geist haben, lass dich ganz vom Heiligen Geist bestimmen. Wir haben die Früchte angeschaut, ein paar davon, es gibt viel mehr, aber ein paar davon, die mir heute Morgen einfach wichtig sind, lass dich ganz vom Heiligen Geist bestimmen und deinen Trachten nach dem Frieden zu suchen, der höher ist wie die menschliche Vernunft und nicht aus menschlicher Vernunft leben und nach einer Liebe, die selbstlos ist und wie gesagt, nach einem Frieden der ins Haus Gott kommt, lass dich dann auch vom Geist Gottes bestimmen oder leiden. Und Paulus sagt etwas, er stirbt täglich, nicht menschlich, sondern das alte menschliche Wesen. Hier sind diese Wildtriebe, die herausgekommen sind, die bei uns auch immer wieder kommen. Meine Sorgen und mein Unfriede. In der Baumschule sagt man dazu Räubern, da hat man ein Messer, ich habe es vergessen mitzunehmen, aber was macht man in der Baumschule? Man schneidet hier ab und man schneidet hier alles ab, alles ab. Jeden Tag kommen vielleicht neue Sorgen, dann muss ich sie jeden Tag neu ans Kreuz bringen, mit Christus gekreuzigt, meine Sorgen abschneiden aus meinem Leben, ans Kreuz mit meinen Sorgen. Ans Kreuz gehören sie meine Sorgen oder mein eigenes Trachten oder meine eigene Vorstellung oder Erwartungen was ich habe, ans Kreuz gehören sie. Ans Kreuz nageln, wo ich selber, wo ich, ja, es gibt so viele Dinge in unserem Wesen, ans Kreuz mit meinem Ärger, ans Kreuz mit meiner Verzagtheit, ans Kreuz mit meinem Unfrieden, ans Kreuz mit meiner Liebe, die immer abhängig ist von äußeren Dingen, von den anderen. Das gehört ans Kreuz. Wenn meine Liebe nur abhängig ist von äußeren und alles abschneidet, ich kenne es ja jetzt noch so, aber ihr versteht das, aber das muss weg. Wir können nicht zwei Herren dienen, heißt es. Wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder wird es hier wachsen, das wird hier irgendwann überwachsen. Irgendwann wird es hier überwachsen. Das will der Weg immer schneller, so wie das Unkraut im Garten auch immer wächst, ohne irgendetwas zu tun. Das Wilde, das wächst immer, immer wächst das Wilde schneller. Und zum Schluss sieht es dann halt irgendwie so aus, ja, und das ist irgendwo, ja, geht unter, geht unter. Es muss weg. Paulus stirbt täglich alle wilden Triebe abzuschneiden, ans Kreuz mit allem, damit, damit die ganze Kraft und die ganze Saft hier in das Neue hinein, in das Edelreis, in den Heiligen Geist hinein wachsen kann. Das ist mein Gedanke, das ist mir wichtig, wie gesagt, und dann unser Trachten, ein Friede, der höher ist. Nicht unser Trachten, zu sagen, ich möchte jetzt äußeren Frieden haben, damit ich Frieden habe. meine Zielsetzung im Gebet ist, dass der Friede Gottes in meinem Leben ist und nicht, dass sich meine Umstände verändern, oder? Oder? Das muss die Zielsetzung sein, dass der Friede Gottes in mir bleibt. Bei Jesus heißt es, als der Geist Gottes in Form von einer Taube auf ihn gekommen ist, heißt es, und der Geist Gottes fliegt auf ihm. Dass der Geist Gottes in mir Frieden wirken kann, auch wenn meine Umstände nicht nach Frieden aussehen. Dass der Geist Gottes in mir Liebe treiben kann, auch wenn die Umstände oder meine Nächsten nicht so liebenswert sind. Wir sollen unsere Feinde lieben. Dass so eine Frucht hervorkommt und dass mein Friede bleibt, auch wenn in meinen Umständen Unfriede ist. Dass es bleibt, dass diese Dinge bleiben und nicht dann alles menschlich wird. Wie gesagt, dass meine Liebe nicht abhängig ist von äußeren Dingen. Oder dass meine Freude nicht abhängig ist von äußeren Dingen. Hat die Welt auch. Die Welt hat auch Freude an äußeren Dingen. Es soll ein Unterschied sein von denen, die veredelt sind. Die sollen Freude haben aus Christus heraus und nicht aus äußeren Umständen heraus. Das ist so mein Gedanke für Heilige Geist heute. Amen. Ich habe noch was aufgeschrieben. Es ist mega, mega göttlich im Geist Gottes zu leben. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt wie im Geist Gottes zu leben, oder? Mega, mega ist es zu leben. Es ist die Vollkommenheit, die wir ja, was die Welt nicht geben kann, was die Welt nie geben kann. Jetzt bin ich jetzt okay.